Es gab offiziell Berichte, dass Megan Markle von der Abschlusszeremonie der Invictus Games ausgeschlossen wurde. Gestern gab eine Quelle jedoch bekannt, dass Megan plant, am Montag dieser Woche nach Deutschland zu fliegen, obwohl sie nicht eingeladen war. Sie wird tun, was sie will, weil sie das Gefühl nicht ertragen konnte, dass Prinzessin Catherine gestern in Frankreich geliebt wurde. Ehrlich gesagt kennt Megans GNMV keine Grenzen. Die Zeitung Mira berichtete, dass Megan Markle am Montag zu ihrem Ehemann, Prinz Harry, nach Deutschland reisen wird, was dem Herzog von Sussex einen freudigen Auftrieb gibt. Megan blieb zu Hause in den USA und verpasste die Eröffnungszeremonie und den zweiten Tag der jährlichen Veranstaltung in Düsseldorf. Doch sie entschied sich, nach Europa zu fliegen und möchte für den Rest der Spiele mit Harry in einem luxuriösen Hotel übernachten. Bei der Abschlusszeremonie der Veranstaltung wird Megan jedoch keine Rolle spielen. Bei der Eröffnungsveranstaltung provozierte Harry jedoch eine neue Rivalität mit seiner Frau, indem er einen Witz über seine Reising-Rede machte. Er scherzte darüber, dass die Konkurrenz zwischen den beiden und den unterstützenden Teams etwas härter geworden sei, nachdem sie ihre nigerianischen Vorfahren entdeckt hatte, was sie in ihrem eingestellten Spotify-Podcast verrät. Die Information kommt, nachdem die Prinzessin von Wales Rugby-Fans in einem weißen Anzug verblüffte, als sie heute Abend in Frankreich ankam, um England im Spiel gegen Argentinien zu unterstützen. Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind dieses Wochenende beide in Frankreich und werden voraussichtlich an zwei separaten Spielen teilnehmen. Kathi ist bekannt für ihren sportlichen Wettkampf und ist für ihre Liebe zum Sport bekannt. Letztes Jahr wurde sie sogar zur Schirmherrin der Rugby-Football-Union ernannt. Sie sang mit, als die Menge vor dem mit Spannung erwarteten Spiel die Nationalhymne schmetterte. Sie strahlte, als sie sich vor dem Spiel mit den Offiziellen traf und ihrem edlen Bläser mit einer wunderschönen Halskette kombinierte, um das Outfit abzurunden. Er übernahm die Schirmherrschaft von Prinz Harry, der diese Position aufgeben musste, nachdem er 2020 von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten war. Nach Kessrins Auftritt in Frankreich war Meghan wütend, weil sie nicht einmal wie die Prinzessin mit ihrem Mann ins Ausland ging. Dann sagte ihr PR-Team, dass Prinz William und Kessrin Harrys Invictus-Start sabotiert hätten. Nun, der Prinz und die Prinzessin von Wales richten ihren Zeitplan nicht nach Harry und Meghan aus, noch kontrollieren sie, welches Team es zur Rugby-Weltmeisterschaft schafft. Die WM-Zeitpläne werden ein Jahrzehnt im Voraus festgelegt, es findet nur alle vier Jahre statt und es gibt eine große Regulierungsbehörde, die diese Entscheidungen ohne Rücksicht auf die königliche Familie trifft. Die Invictus-Spüle wurden von Jahr zu Jahr genau geplant. Harry hat die Invictus-Spüle so verschoben, dass sie einen Tag vor Beginn des Oktoberfestes enden, damit die Invictus-Spüle dazu beitragen können, ein Bierfest zu finanzieren. Harry und die Invictus Games Foundation haben das Invictus-Turnier parallel zur Weltmeisterschaft geplant, nicht umgekehrt. Wie sich die Dinge anhören, versucht Meghan verzweifelt, den Leuten weiszumachen, dass sie nie vorhatte, dorthin zu reisen, obwohl es zahlreiche Veröffentlichungen gab, die berichteten, dass sie separat zu Harry nach Deutschland reisen würde. Jetzt wird sie die Veranstaltung endlich zum Scheitern bringen, weil sie nicht verschwinden kann, wenn Prinzessin Kessrin viral gegangen ist.